TB WT – effektiv, realistisch, funktionell TB Wingzone ist eine waffenlose Selbstverteidigungskunst. Das TB WT ist eine konsequente und kompromisslose Selbstverteidigung, die darauf ausgerichtet ist, sich auf der Straße gegen gefährliche Angriffe verteidigen zu können. Das TB WT ist kein Wettkampfsport, sondern reine Selbstverteidigung. Vorkenntnisse oder akrobatische Fähigkeiten sind für das Erlernen des TB WT nicht erforderlich. Somit ist es in jedem Alter von Mann und Frau erlernbar. Wir im TB Wingzone unterrichten das innere Wingzone, das weiche Wingzone, das mit der Kraft des Gegners arbeitet, um die Angriffe so ins Leere leiten zu können. Im sogenannten Xisau-Klebende-Arme-Training lernt der Schüler, wie man mit der Kraft des Gegners und dessen Angriffen umgeht, um diese ins Leere zu leiten. Zudem fördert das Xisau-Training die taktilen Sinne sowie die Schnelligkeit und das Reaktionsvermögen. Wir im TB WT arbeiten und forschen stets daran, unser System weiterzuentwickeln und noch effektiver zu machen. Ein Stillstand kommt für uns aus diesem Grund nicht in Betracht. Wir wollen nicht die Glut, sondern die Flamme erhalten. Aus diesem Grund fühlen wir uns auch nicht allen sogenannten alten Traditionen verpflichtet. Im TB WT lernt man den Fünf-Phasen-Distanzkampf. Erste Phase Trittdistanz, zweite Phase Faustkampfdistanz, dritte Phase Knie- und Ellenbogendistanz, vierte Phase Ring- und Wurfdistanz und fünfte Phase Bodenkampfdistanz. Die Ausbilder und Schüler der TB WT Group sind gegen jede Form von Gewalt. Die Menschen, die sich vom Meister Sifu Thomas Braun ausbilden lassen, möchten durch das TB Wing-Zoon-Training lernen, sich sicherer und selbstbewusster zu fühlen, um nicht Opfer von gewalttätigen Übergriffen zu werden. Neben dem Erlernen von Abwehr- und Angriffstechniken, fördert das TB Wing-Zoon-Training darüber hinaus ein neues Körper- und Selbstbewusstsein, sowie eine verbesserte körperliche Fitness. Des Weiteren legen wir im Unterricht unter den Schülern auf einen respektvollen, disziplinierten und freundschaftlichen Umgang sehr viel Wert. Auch den verantwortungsvollen Umgang mit den erlernten, effektiven TB Wing-Zoon-Techniken sollte sich ein jeder Schüler und auch jede Schülerin zu eigen machen. Altbewährte Trainingsmethoden und Techniken werden bei uns im TB Wing-Zoon mit neuen, modernen Trainingsmethoden und Techniken kombiniert, welche eine effektive Optimierung der Unterrichtsdidaktik und letztendlich eine verbesserte, praxisorientierte Anwendung in allen fünf Verteidigungsdistanzen ermöglichen. Last but not least kommt selbstverständlich der Spaß in unserem TB-WT-Training nicht zu kurz. Wir laden Sie herzlich zu einem kostenlosen 14-tägigen Probetraining in unserer Akademie ein.